hallo und herzlich willkommen zur ersten ausgabe von unlimited pictures wir haben in der vergangenheit zwar schon öfters mal über filme geredet über star wars über black panther aber jetzt hat das ganze auch einen offiziellen namen unlimited pictures alle ausgaben und noch viel mehr findet ihr auf www.unlimitedmo.de und natürlich könnt ihr uns auch in allen gängigen podcast apps abonnieren falls euch das ganze hier gefällt heute reden wir über avengers infinity war den vielleicht größten film des jahres und ich habe mir drei ausgezeichnete gäste dafür ausgesucht zunächst einmal möchte ich den gast kann außerhalb außerhalb unserer gruppe vorstellen nämlich den guten yeti win hey wie geht's dir hallo mir geht's wunderbar ich fühle mich gerade wirklich du hast gesagt ich bin außerhalb der gruppe ich tue alles dafür dass ich auch irgendwann mal ein ich bin so wie ich gehe mal irgendwann mal in den kreis hinein und dann gehöre ich zur gruppe dazu ich schleuse mich da ein bisschen mit rein aber hallo danke für die einleitung für alle die dich nicht kennen sagt doch noch mal kurz wo man nicht findet beim wunderbaren dash fm podcast ja was macht ihr da das ist ein videospiel podcast passt eigentlich gar nicht zu dem thema jetzt hier aber jede woche jeden sonntag 12 uhr alles über videospiele spiel design neueste spiel titel und news und quatsch und ja kann ich nur sehr empfehlen kann ich nur sehr empfehlen ich war ja auch schon mal zu gast ich glaube bis auf dem kliff war jeder schon mal zu gast bei der jetzt hier im raum ist ja ich habe den amazon spruch eingesprochen stimmen die ja natürlich um gottes willen doch du bist auch schon ein teil quasi gewesen ich hätte das vergessen können natürlich hi cliff was machst du so außer amazon sprüche einsprechen ja super tolle youtube videos machen auf auf dieser plattform die sich youtube nennt ich mache videos über anime videospiele irgendwann mal wieder und hoffentlich irgendwann filme das sage ich jedes mal wenn ich meinen kanal vorstelle aber ja geiler shit ich muss auch mal optimistisch über meinen channel reden und nicht immer so pessimistisch ja geht alle rauf ich bin der hit ja und last but not least last and not least den guten björn hi björn hallo ich habe schon gehört du bist super heiß drauf heute mitzugehen ich habe voll bock drauf wenn ich nicht gerade dabei bin um ein uhr nachts bilder von meiner frisur auf twitter hochzuladen dann freue ich mich auf nichts lieber als endlich über den den film reden zu können weil ich meine anscheinend hat es ja beim letzten mal zwar keiner so verstanden aber als wir über star was geredet haben hatte ich den film ja eigentlich gar nicht gesehen und musste mich da irgendwie drei stunden durchquälen und jetzt habe ich einfach mal echt bock jetzt habe ich einen scheiß film endlich mal geguckt und jetzt kann ich auch endlich mal mitreden und habe ich mich die ganze zeit eigentlich auch schon darauf gefreut also von daher habe ich einfach richtig bock jetzt genau und für alle die wissen wollen wo man den guten björn findet schaut auf youtube unter dem tollen kanal speckgrubs nach er macht auch hauptsächlich video game kram vielleicht auch bald mal wieder ein neues video mal und mein eigener kanal heißt übrigens auch bananen für alle die das auschecken wollen ich beschäftige mich auch momentan noch hauptsächlich mit video spielen aber hin und wieder kommt auch mal ein film thema und aktuell beschäftige ich mich beschäftige ich mich mit god of war dem ja bislang vielleicht wichtigsten spiel des jahres aber jetzt kommen wir zum wichtigsten film des jahres vielleicht und ich möchte zunächst einmal einfach nur wissen wie hat es euch gefallen björn fang doch mal an ja okay gut dann sind wir es wohl nur noch zu dritt schade ja dann machen wir es jetzt halt zu dritt ähm cliff wie hat dir der film denn gefallen komm das war nur björn jetzt stell dich mal nicht so an stimmt stimmt hast recht ja infinity war alter ich bin großer marvel fan also jetzt nicht unbedingt was die comics angeht da habe ich einfach nicht genug geld für um um da up to date zu bleiben aber ich habe jeden jeden marvel film geguckt außer black panther und war dementsprechend extrem hyped darauf wo diese zehn jahre lange reise hinführt und habe dann letzte woche spontan infinity war geguckt oder nicht das war diese woche sogar ja und alter also ich bin halb ich bin sehr positiv äh gestimmt was was den film angeht und bin auch gespannt eure meinung dazu zu hören wunderbar wunderbar ähm ja soll ich ja genau folge einfach genau ich hatte ähm ich bin gerade sehr überrascht ich sehe es fast also eigentlich genauso wie der cliff ähm ich habe auch eigentlich alle marvel filme geguckt außer aus dem mcu bis auf black panther tatsächlich äh und bin auch immer mit der zeit mehr fan geworden so als die nächsten phasen begonnen haben also die erste phase ähm bis es zum avengers film gekommen ist zum allerersten so die war okay so da gab es ein paar filme die ich jetzt ehrlich gesagt nicht so cool fand die ganzen origin geschichten zu captain america und thor und sowas ja kam ich schwer rein und dann wurde es mit jedem film irgendwie besser und dann kam die guardians und der zweite captain america und so und ähm da jetzt ist es quasi gemündet in diesen avengers infinity war und alle kritikpunkte die ich sonst immer an den meisten marvel filmen hatte wurden hier zumindest besser gelöst und ich war auch am ende tatsächlich ich wurde komplett überrollt so ein bisschen also ich war gar nicht so darauf vorbereitet wie krass ähm gnadenlos der ganze film auch am ende ist und ähm bin jetzt sogar noch mal mehr hyped und freue mich total auf ant-man and the wasp weil ich genau wissen will ob es da irgendwelche infos gibt und sowas also naja ja ich meine man weiß schon der film spielt ja hauptsächlich auf jeden fall vor dem film aber vielleicht halt zumindest in der end credit scene oder so genau genau ja genau da ist ja so eine theorie wieder deswegen so äh mit molekular welt und sowas naja wir werden sehen ich bin sehr gespannt ich meine wahrscheinlich werden ja dann ant-man und eventuell auch the wasp vielleicht auch nicht vielleicht stirbt sie ja am ende wer weiß keine ahnung ähm auf jeden fall werden die ja wahrscheinlich im zweiten teil von infinity war wahrscheinlich dabei sein gehe ich mal fest von aus genau glaube ich auch ja ähm übrigens nur faire warnung nochmal weil ich es noch nicht gesagt habe aber das hier ist ein spoiler podcast also äh falls ihr nicht den film schon gesehen habt und ja dann solltet ihr vielleicht besser jetzt abschalten weil wir werden schon spoilern ähm zunächst einmal ganz einfach du musst auch mal sagen wie den film fandest ich fand den film eigentlich auch ganz gut ich habe nur ein ein sehr großes problem mit dem film über das wir ähm am ende vielleicht reden werden keine ahnung mal gucken ist auf jeden fall ist das schon der ultimative spoiler warum warum ich ein problem mit dem film habe ähm aber eigentlich fand ich den film auch sehr gut ich muss vor allen dingen sagen dass es mir also ich hatte im vorfeld natürlich so natürlich die bedenken so okay das ist jetzt der größte cast an charakteren den die jemals irgendwie auf die leinwand zusammengeworfen haben kriegt da jeder genug screentime ähm und das haben sie finde ich eigentlich echt ganz gut gelöst das war ja quasi in drei gruppen aufgeteilt und eigentlich hat da jeder so ein bisschen was seine momente gehabt ich glaube da kam irgendwie keiner zu kurz oder ich glaube jeder hatte so ich glaube es war auch echt vorteilhaft ähm dass sie die ganze gruppendynamik in ja in in kleinen grüppchen aufgeteilt haben äh es ist halt eigentlich relativ simpel von der idee her aber es hilft dem film ungemein einfach so eine struktur zu haben und und dem ganzen auch sag ich mal mehr oder weniger zu folgen ich meine okay es ist klar wenn man jetzt nicht äh bestimmte marvel filme gesehen hat dann wird man diverse referenzen nicht verstehen aber für alle die äh halt mega heiß auf den ganzen kram sowieso schon sind war das halt ähm dann der ultimative clash an an ja chemie zwischen den charakteren und diese ganze gruppendynamik hat da auf jeden Fall sehr geholfen der einzige wo ich sagen muss dass ich mir ein bisschen mehr von gewünscht habe ist tatsächlich captain america ich kann mich gerade an keinen coolen wirklich geilen captain america moment erinnern an steve rogers ja stimmt der hat sich ja vorgestellt ja das war sein sein lichtmoment so ja ich muss auch sagen dass ich ähm schon bei civil war äh das wurde ja auch ähm inszeniert von den russo brothers ähm die haben das da schon relativ gut gemacht hab ich mir auch schon gewundert so wie wie werden sie das schaffen die ganzen superhelden ähm vernünftig einzubauen sodass sie auch wirklich dann auch wirken das haben sie da schon eigentlich richtig gut hingekriegt und bei infinity war haben sie eigentlich einen klugen schachzug äh gemacht und zwar haben sie die gesamte geschichte um thanos äh herumgespinnt und diese drei und die drei grüppchen quasi immer äh im hinblick auf thanos äh wirken lassen das fand ich eigentlich sehr sehr gut es ist dann es war ähm sonst wäre das quasi dann wirklich so dass manche superhelden in den mittelpunkt geraten und andere dafür dann hinten rausfallen das war hier gar nicht so der Fall es gab keinen richtigen überpräsenten superhelden der alles irgendwie überschattet sondern der überpräsenteste charakter ist halt eben thanos ja auf jeden fall ich meine wir können da dann eigentlich auch schon mal damit ansteigen dass wir mal über ein bisschen über ihn gehen als bösewicht weil ich muss tatsächlich sagen ich war auch sehr überrascht von ihm also ich hatte halt vorher auch wieder die Befürchtung dass er halt so ein bisschen gesichtslos ist und einfach nur so ja hier er will halt quasi seinen Plan durchsetzen weil er ist halt böse oder was auch immer aber tatsächlich haben sie ihn echt ziemlich gut halt charakterisiert und seine Motivation klar gemacht und ähm ich meine sein Ziel ist ja quasi äh die Hälfte von allem intelligentem Leben ich weiß nicht ob er auch die Hälfte aller Kühe und Schweine und Weltraumtiere auslöscht ich weiß es nicht ich glaube mal bislang hat er wahrscheinlich sich immer auf das intelligente herrschende Volk oder so beschränkt aber ich weiß es nicht auf jeden Fall ist die Idee ja wirklich dass er sagt okay es gibt halt im Universum nicht genug Ressourcen und äh genug halt ja Lebensmittel und so weiter damit halt alle wirklich äh in ja in guten Umständen leben können und äh hat ja auch gesagt von wegen er hat ja auch den beim Planeten von Gamora halt auch die Hälfte aller ähm also der Bevölkerung quasi ausgelöscht und hat er auch gesagt danach ging es da allen besser und so und das will er halt ja für das komplette Universum machen indem er halt diese ja den Infinity Gauntlet mit den Steinen verseht so ein bisschen der Plot von Sonic the Hedgehog äh um um halt dann quasi mit einem Fingerschnipp ähm die komplette oder die Hälfte von allem Leben im Universum auszulöschen und ich fand das war tatsächlich eigentlich eine ziemlich gute und verständliche Motivation weil ich meine das Problem der Überbevölkerung ist uns ja durchaus vertraut auch auf der Erde also das ist ja jetzt nichts komplett Abwegiges wo man nicht checkt woher das kommt ja ich glaube es wird auch ähm ein bisschen gehintet dass ähm er durch einen von diesen Steinen die er hat auch durch die Zukunft sehen kann oder ich weiß nicht ob das der Weisheitsstein war oder sowas auf jeden Fall war er sich auf jeden Fall sehr sicher dass irgendwann die Ressourcen vorbeigehen weil er auch in irgendeinem Dialog gesagt hat dass er einfach leider die Wahrheit weiß er hat es ja auch an seinem eigenen Heimatplanet quasi erlebt schon also bei seinem Heimatplanet war das ja auch so dass er das halt quasi vorgeschlagen hat also so zufälliger Genozid der halben Bevölkerung ähm und haben ihn halt alle ausgedacht und gesagt nein und dann ist der Planet halt komplett zugrunde gegangen und alle bis auf ihn sind glaube ich auch gestorben ähm und ich meine daher kommt ja überhaupt wahrscheinlich dieser Gedanke von ihm ähm und das fand ich alles schon sehr gut erzählt und sehr 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 nahbar tatsächlich auch also das war endlich mal ein Bösewicht wo man versteht woher der kommt und warum der tut was er tun will und äh der ja auch also er sieht sich ja jetzt selbst nicht als Bösewicht sondern ja eigentlich eher als Heilsbringer quasi genau ja es ist ja auch finde ich auch wichtig bei so einem ähm Antagonisten ähm dass er nicht also dass sein sein Ziel das er halt hat so dumm es auch ist und so so hinter so krass man das hinterfragen kann dass er selber halt wirklich daran glaubt und auch das so überzeugend rüberbringt und ich finde auch es gibt ein paar Szenen zum Beispiel ähm gerade wo der den Seelenstein halt holen will und dann einen Geliebten ähm umbringen muss oder opfern muss damit er die bekommt ja es ist Gamora genau es ist ja Gamora die er dann ist ja quasi seine Ziehtochter und die ähm muss er jetzt opfern damit er den Seelenstein bekommt das sind so Momente wo ich dachte ja ey also das er hat dieses Ziel aber er ist nicht komplett wahnsinnig aber er er opfert selber Sachen und es gibt dann am Ende auch noch vielleicht so ein paar paar ähm Momente wo er dann auch so selber sagt man opfert eigentlich alles ähm und ob das was wert ist ist halt eben die Frage also das waren so irgendwie so Momente wo ich ähm seine ähm seine seine Motivation zumindest verstanden habe und das finde ich dann auch immer viel interessanter als einfach so einen gesichtslosen Antagonisten der irgendwie einfach nur als Handlanger oder völlig wahnsinnig irgendwie einfach die ganze Welt beherrschen will oder so das finde ich irgendwie dann viel cooler gelöst dem ging es ja gar nicht um persönliche Motivation quasi sondern er macht es ja wirklich als Überzeugung quasi genau und das das zeigt aber auch so ein bisschen ähm dass er so eine krasse Ideologie verfolgt dass er auch ein bisschen also erstmal krass von sich selbst überzeugt ist aber auch ähm desillusioniert so ein bisschen also einfach wie soll ich sagen der lebt halt einfach in seiner Bubble und der will das Ding halt einfach durchziehen und das finde ich auch sehr interessant und bei anderen Filmen funktioniert das nicht so gut weil okay du hast dann auch Figuren die total komische Ziele haben und die Welt erobern wollen und so weiter aber hier passt es tatsächlich ganz gut weil du die menschliche Seite von Thanos siehst und ich bin auch ganz froh dass die nicht diese Comic Plotline verfolgt haben ich glaube genau in den Comics oder in einigen Versionen war es glaube ich so dass es irgendwie eine Liebesgeschichte war mit irgendeiner Todesgöttin und dass er ihr irgendwie imponieren wollte oder so und da finde ich eigentlich auch sehr schön dass Marvel für die Filme sich was ganz anderes vorgenommen hat ja und vor allen Dingen also was mich eigentlich so überzeugt hat an Thanos nicht nur unbedingt jetzt seine seine in Anführungsstrichen menschliche Seite sondern vor allen Dingen jemanden vor dem du dich echt fürchten musst gleich in der allerersten Szene in der er fast die gesamte oder eigentlich hat er fast komplett Asgard ausgelöscht die ganze Bevölkerung er hat Heimdall getötet er hat Loki er hat erstmal den Heimdall zerschmettert so den einzigen wo ich denke wenn der einmal ausrastet da hat ja eigentlich keiner er hat den Thor Ragnarok so ein riesen Viech kaputt gemacht den hat er einfach mal oder hat er gerade mal zwei Steine oder so gehabt den hat er komplett kaputt geschlagen dann hat er Loki zerdrückt also es gibt so viele Sequenzen so direkt am Anfang wo ich mir gedacht hab Alter das ist ein richtiger Badass Motherfucker so und danach mit jeder Sequenz wo Thanos auf einen anderen Superhelden getroffen hat hatte ich ehrlich gesagt Schiss dass da irgendwas passiert weil der Film hat mir von erster Sekunde eigentlich schon gezeigt dass die jetzt nicht unbedingt zurückschrecken und wieder mal weiß ich nicht für FSK 12 Freigabe sondern die haben auch schon mal ordentlich jemanden mal sterben lassen so Leuten die man irgendwie die man gemocht hat ne und hier ist das eben nicht so und Thanos hat die Möglichkeit auch wirklich die krassesten Superhelden auch auszuschalten und diese diese Angst schwebt ja die ganze Zeit mit bis zum letzten Moment eigentlich ja dass er auch so mächtig ist und also es gibt Momente wo er Leute tötet und Momente wo du denkst er tötet Leute aber die lässt er dann irgendwie so liegen also was auch einfach zeigt dass er so über allem steht also ihm kann das Leben eines jeden egal sein er denkt sich ach die kann ich auch leben lassen macht eh keinen Unterschied so ja und du pustest so durch denkst du boah Gott sei Dank hat der Starlord leben lassen Mensch ey stell dir vor der Starlord es waren so Momente ey das ist ja und das fand ich eigentlich gut das Ding ist das fand ich richtig toll also ich glaube es war erst einmal wirklich halt richtig effektiv diese Opening Szene halt zu machen wie du schon sagtest halt erst mal Hulk fertig machen um halt wirklich zu zeigen so Alter der ist krass und dann halt Loki umbringen ähm also gerade halt Loki ist ja schon also ein Fan-Favorite Charakter und das zeigt dann direkt so okay nobody is safe so also hier könnte jetzt hier könnte jetzt wirklich jeder sterben aber darf ich ganz kurz zur Loki Szene noch sagen dass ich seinen Plan absolut Panne fand und ich dachte mir so ey Loki du hast du hast uns alle getrickst du hast dich für all deinen Vater ausgegeben mal du du hast deinen Tod vorgetäuscht du hast schon solche Sachen gebracht und dann gehst du da ran und willst dir mit so einem Pupsmesser der hat den Heil kaputt gemacht du kommst mit so einem Pupsmesser und willst ihm jetzt irgendwie was ist denn mit das war echt weird der hat doch viel krassere Sachen gebracht und dann lässt er sich da so ich hatte auch die ganze Zeit gedacht ja du hast jetzt doch einen Plan Loki du hast doch einen Plan das ist doch nicht dein Plan das kann doch nicht sein und dann ist er halt wirklich äh verreckend ach ich weiß auch nicht da war nicht erst mal so äh kurzzeitig kurz kurz ein Mensch und das ja wirkt jetzt super konstruiert aber okay ja bei mir ist auch immer noch die Hoffnung Hoffnung da dass da trotzdem grad ein Plan im Gange ist das ist aber bei jeder Szene so ja ich weiß aber nicht ob es das bei Loki so ist das ist aber übrigens genau das Problem was ich tatsächlich jetzt direkt schon mal ansprechen kann wo ich schon gesagt habe okay jeden kann es erwischen ich muss aber auch echt sagen dass ich echt das Problem hatte dass ich schon relativ früh den Eindruck bekommen habe dass alles was in diesem Film passiert nicht stehen muss und im nächsten Teil wieder geändert werden kann und das hat irgendwie für mich halt das ist halt das Problem was ich mit dem Film habe letztlich dafür gesorgt dass sich alles sehr konsequenzlos zumindest potenziell und unecht angefühlt hat also ich habe halt nicht wirklich getrauert wenn jemand gestorben ist sondern hat mir gedacht naja wahrscheinlich kommen die eh zurück ich meine am Ende am Ende ist ja sowieso klar also sorry aber ich meine sie haben ja auch genau quasi die Original Avengers sind die die überleben also als er dann am Ende tatsächlich seinen Plan erfüllt und halt die Hälfte der Menschheit quasi und von allem Leben halt auslöscht bleiben ja quasi von den Avengers die Original Avengers übrig und alle anderen verschwinden also das sind ja dann gerade halt so Spider-Man und Black Panther und halt so die wo man weiß da kommt noch mehr also entsprechend so ja kann mir ja keiner erzählen dass das so bleibt also da wird ja jetzt nochmal irgendwie im zweiten Teil was quasi wieder geändert und das ist halt mein Problem dass ich wirklich mit diesem Gefühl aus dem Film rausgegangen bin so ja eigentlich muss ich jetzt den zweiten Teil sehen und zu wissen was jetzt wirklich hiervon hängen bleibt und was letztlich einfach nur so halt alles wieder gerade gebogen wird und ja das ist so der Beigeschmack den der Film bei mir hatte kann ich nachvollziehen also ich ich glaube auch Infinity War ist so die klassische Story wo die naheliegendste Konsequenz zuerst thematisiert wird also Hauptsache Hauptsache etwas Krasses passiert erstmal so in dem Moment wird das gefeiert und was später passiert machen wir uns später Gedanken so ich glaube das war so die ist so die Motivation der Schreiber ich denke schon dass sie einen Plan haben wie es weitergeht ja ich hatte ja sicherlich ich hatte ich hatte eher so ich verstehe auch was du meinst dass man halt so eher so das Gefühl das ist ein Brückenteil und das endet mit einem Cliffhanger und die wollen jetzt dass ich halt irgendwie ein bisschen dranbleibe aber das ist ja so dass man ähm dass dieser dieser letzte Moment wo ja die Hälfte aller Leben ausgelöscht wird und die ganzen Superhelden so verpuffen so vor sich hin ab dem Moment habe ich gedacht ja klar so ist natürlich richtig krass ich war auch geschockt natürlich aber ich wusste ganz genau da gibt es irgendwie einen Trick dann kommen sie wieder zurück aber bis zu dem Moment hatte ich wirklich felsenfest davon war ich felsenfest davon überzeugt dass diese Superhelden die sterben nicht mehr zurückkommen weil es weil Loki sah dann ehrlich gesagt nicht mehr aus als ob der irgendwie wieder zurückkommen kann und Gamora okay Gamora war wieder so eine andere Geschichte weil mir das irgendwie ein bisschen zu Billo rüberkam so einfach runterwerfen den Moment haben sie für mich tatsächlich auch so ein bisschen quasi kaputt gemacht also sie haben halt irgendwie diese Szene ich weiß auch nicht ob es tatsächlich daher kam dass ich in dem Moment schon dachte ach komm so weil halt sie haben halt irgendwie nicht also so von der Inszenierung von ihrem Tod haben sie es in meinen Augen nicht richtig gemacht als sie haben als sie da runtergefallen ist lief halt so laut Musik statt einfach mal Stille und man hört sie irgendwie schreien oder sowas und halt irgendwie den Aufprall oder irgendwie sowas halt wo du halt wirklich so ein bisschen so versuchst halt das jetzt möglichst impactful zu machen und stattdessen ist es halt einfach so gewesen dass da halt irgendwie wie gesagt die laute Musik läuft und irgendwie Thanos heult da oben und sie fällt so runter und ich konnte es halt schon in dem Moment nicht so ganz ernst nehmen und dachte mir so das ist jetzt glaube ich nicht das das ist nicht die Todessequenz für so einen wichtigen Charakter von dem ich eigentlich auch denke dass er also ich hätte nicht gedacht ich glaube eigentlich also ich hätte vorher darauf gewettet dass die Avengers äh Quatsch dass die Guardians alle überleben weil ich mir mehr Guardians of the Galaxy filme eigentlich schon noch denke ja ich glaube auch ich glaube ein Blick auf das gesamte MCU Franchise reicht auch um sich ungefähr auszumalen wer noch am Leben bleiben wird also ich kann mir nicht vorstellen dass Gamora äh wirklich komplett tot bleibt gerade weil Guardians of the Galaxy gerade so gut läuft erst erst den zweiten Teil hat und ich meine Guardians of the Galaxy ist ja auch ähm sind ja auch zwei Filme gewesen die einen großen Einfluss haben auf auf das was später kommt weil Marvel äh beziehungsweise MCU ja in die Richtung gehen will also mehr in die Galaxierichtung und das merkst du ja auch an Thor Ragnarok dass das dass Guardians of the Galaxy dann einen großen Einfluss hatte deswegen denke ich jetzt nicht dass sie so einen ähm noch relativ jungen Charakter komplett streichen werden und auch bei Loki bin ich mir jetzt nicht so sicher gerade weil er gerade gut geworden ist da ist halt Potenzial dass er Teil der Avengers wird also zumindest weiß man ja das hat glaube ich war das nicht sogar James Gunn also der Regisseur von Guardians ähm hat glaube ich schon bestätigt dass sich Gamora im Seelenstein befindet ja das konnte man sich auch recht denken also das ich verstehe nicht warum die das machen ich verstehe nicht warum die das so ja das verstehe ich auch nicht das habe ich jetzt auch nicht verstanden so das ist das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden es sind so ein paar Sachen ähm gerade so bei den ganzen bei den ganzen Toden da kann man sich halt viel so kann man wirklich viel hinein interpretieren aber ich glaube halt echt also das ist ja auch von anderen Leuten schon thematisiert worden ähm ich finde ich finde halt echt diese Kontinuität wird dem Film halt so ein bisschen zum Verhängnis halt also wenn ich von von Anfang an also wenn ich nicht gewusst hätte weißt du wenn sie es halt wirklich so aufgespielt hätten so okay bis dahin haben wir geplant und mal gucken was danach kommt oder sowas also wenn man mir irgendwie halt so wirklich so den Zweifel daran gelassen hätte ob danach noch was passiert oder ob das wirklich das Ende ist oder so aber das das war ja nicht da also ich wusste ja von Anfang an dass es irgendwie weitergehen wird und das es ist nicht klug davor noch im Spider-Man Homecoming 2 und so anzukündigen Black Panther 2 aber was ich zum Beispiel cool finde wiederum im Vorfeld geisterten ganz ganz viele Theorien durch die Gegend die immer wieder reingestreut worden sind dass Iron Man sterben wird dass Captain America das Zeitliche segnet und davon bin ich wirklich ausgegangen weil es ging ja auch so um die Vertragsgeschichten war das nicht so dass Chris Evans zum Beispiel gesagt hat ja er hat oder dass er so gerüchtig auf jeden Fall in den Raum stand dass er danach nicht mehr Captain America spielen wird solche Sachen ich finde sowas generell scheiße wenn die Realität quasi schon die Fiktion irgendwie dich auf etwas vorbereitet und du dann schon weißt okay du hast jetzt in einer anderen Serie unterschrieben deswegen wirst du wahrscheinlich die Serie nicht mehr überleben und sowas finde ich blöd da hat man aber auch ein bisschen selber Schuld wenn man Social Media so verfolgt das ist so diese ganze Trailer-Konsum-Krankheit und Analyse-Videos-Gucken-Krankheit die mir auch sämtliche Seasons von Game of Thrones kaputt gemacht haben weil ich einfach alles weiß ohne die Bücher gelesen zu haben ja es ist es ist schwierig aber ich muss ich muss für meinen Teil sagen ich fand jetzt generell die Szene wo alle verpufft sind ziemlich stark einfach visuell allein allein die Sache mit Spider-Man einfach nochmal zu sehen dass das einfach ein Kind ist das da stirbt und du kennst ja auch das Verhältnis zwischen Tony und Peter und das ging mir auf jeden Fall ans Herz was ich schade finde ist dass also Tony nicht gestorben ist weil das war für mich tatsächlich eine krasse Szene als er als er das Messer reingerammt bekommen hat auch so dieser dieser ganze Aufbau mit dem Kampf so sein sein Nano-Anzug war ja schon fast komplett kaputt und er hat da mit letzter Kraft gekämpft und dann kriegt er noch ein Messer rein das wäre tatsächlich für mich ein krasser und wichtiger Tod gewesen ähm der wirklich auch nachträglich noch gewirkt hätte danach nimmt er sich einfach nur so einen komischen Eis-Spray und sprayt sich dann quasi einfach seine seine Wunde zu und gut ist das Ding ist fand ich auch jetzt nicht so schön ich meine letztlich wird der Plot ja darauf aufbauen dass halt ähm Dr. Strange ich glaube ihm war es sehr wichtig dass Tony überlebt also im Sinne von das ist entscheidend für den Plan den er hat oder für die Zukunftsvision die er hatte weil er sagt ja so auch zu ihm irgendwie in dem Moment okay jetzt sind wir im Endgame oder sowas sagt er ihm doch also das ist ja quasi er hat ja in die Zukunft gesehen und er hat ja quasi genau diese Zukunft gewollt wo das passiert was jetzt passiert ist weil er halt weiß dass sie jetzt irgendwie halt die Möglichkeit haben das im Nachhinein wieder gerade zu biegen und dafür wird wahrscheinlich das Überleben von Tony sehr sehr wichtig gewesen sein also weil er hat ja auch seinen Stein quasi geopfert als er dann gesehen hat okay jetzt sonst stirbt Tony so und das fand ich tatsächlich auch richtig gut weil es wurde ja äh Dr. Strange hat ja gesagt dass er diesen Stein mit seinem Leben beschützen wird und wenn man sich dann die spätere Szene anguckt kann man sich vielleicht denken so hm bisschen komisch dass er das so schnell rausrückt aber er hat ja in die Zukunft gesehen also kann es ja sein dass er gesehen hat okay ich muss den Stein an dieser Stelle abgeben weil das ist die einzige Möglichkeit das fand ich tatsächlich ziemlich cool das fand ich zum Beispiel ähm jetzt seitens des Drehbuchs ein bisschen schwach weil es irgendwie ähm ähm am Anfang des Films wird das erwähnt so es wirkt ein bisschen okay dann nimmst du das so wahr und dann später wird das ja aufgenommen und du fragst dich ja schon so hä wieso gibt der den jetzt der hat doch vorher gesagt der wird das Leben von Tony Stark und und Peter Parker ist nicht mal so viel wert wie dieser Stein der muss einen Plan haben und so gehst du halt auch aus dem Film das heißt du weißt ganz genau der hat das nicht umsonst gemacht der hat einen Plan und ich finde das irgendwie ich wäre gerne aus dem Film rausgegangen und hätte mir gedacht Alter ich habe überhaupt gar keine Ahnung wie das jetzt noch gehen soll und das haben sie irgendwie nicht geschafft aber ich meine dass es irgendwie wieder gehen muss hättest du ja so oder so gewusst ja aber die Frage ist halt ja vielleicht aber du hattest ja gerade so zum Beispiel diese ähm diese Vorstellung ich habe stelle dir vor du hättest keine Infos dass da irgendwie noch eine Phase 4 kommt und wärst da einfach so raus und wusstest nicht was passiert denn jetzt eigentlich so Marvel hält sich bedeckt Disney sagt gar nichts das wären so Sachen die richtig geil gewesen wären ähm so weißt du zu viel einfach so ja es ist auch stimmt es ist schon ein bisschen on your nose allein die Tatsache dass er in die Zukunft geguckt hat und gesagt hat es gibt nur diese eine Möglichkeit und du dir denkst okay diese Filme können ja eigentlich nur in ein mehr oder weniger positives Ende äh münden also muss es diese eine Möglichkeit sein die dann am Ende Tatsache wird ja wollen wir über die einzelnen Plot äh Plots sprechen oder wie wollt ihr jetzt weiter erstmal darüber reden was wir noch gut fanden ich fand halt also ich würde jetzt nicht den ganzen Film irgendwie aufbrechen und den kompletten Plot weil ich denke mal also dadurch dass es eh ein Spoilercast ist ich gehe davon aus dass die Leute die diesen Podcast hören den Film gesehen haben ähm und denen müssen wir nicht erzählen wie der Plot verlaufen ist ähm äh was ich halt generell den Film noch sehr lobend äh halt ja was ich noch sehr lobend erwähnen muss ist halt vor allen Dingen auch diese Interaktion zwischen den Charakteren die in meinen Augen wieder sehr sehr Highlight bespickt war da gab es schon sehr viele Interaktionen halt auch jetzt erstmalige Interaktionen natürlich wieder die echt super waren ich habe mich halt im Vorfeld schon vor allen Dingen darauf gefreut so zu sehen wie die Guardians halt quasi da mit den Leuten interagieren und es geht ja auch relativ am Anfang oder ja zumindest so im ersten Drittel stößt ja dann quasi Thor auf äh die Guardians und oder die Guardians auf Thor eher gesagt und halt diese Interaktion zwischen äh zwischen Peter und halt äh Thor war super wo er sich die Stimme verstellt und das ist einfach grandios wo er halt quasi so eifersüchtig wird wie die Angötter super jede Szene mit den Guardians ist für mich ein Highlight gewesen in Infinity War so du merkst einfach was für ein was für ein Flow sie so reinbringen mit ihren eigenen Charakteren es gibt so eine Szene die wird ein bisschen gehasst so im Internet hab ich das Gefühl aber ich mochte sie so gerne wo es eine relativ ähm romantische Szene gibt wo doch Starlord Gamora verspricht dass er sie umbringt falls Thanos sie in die Hände bekommt oder das Geheimnis irgendwie so findet und dann steht halt Rex einfach da und erzählt irgendwie ja er kann er kann es ist einfach so es ist Billow so es ist Slapstick aber in dem Moment hab ich einfach gelacht so ich hab mich einfach gut gefühlt so und das haben sie egal ob es ist mit mit Rocket ist oder mit Groot oder egal das ist einfach irgendwie die bringen ich glaube es war auch recht gut dass die Groot quasi in dem Film jetzt in seiner Teenager Phase gezeigt haben weil ich glaube in einem Standalone wäre das auf Dauer zu nervig gewesen ja wobei ich ein bisschen kritisch finde mir hat es nicht so ganz gefallen dass Thor mit zwei CGI Charakteren dann seine Story in dem Film erlebt hat ich fand es einfach vom Konzept her ein bisschen komisch dass da so zwei digitale Wesen dann mit ihm Zeit verbringen wobei das natürlich coole Charaktere sind aber vor allen Dingen stoßen die dann auch auf digital bearbeiteten äh bearbeiteteten äh bearbeiteteten ich kann schon nicht mehr reden Peter Dinklage aber der auch bewiesen sehr ich fand die gesamte ich fand die gesamte Storyline von Thor nicht so super dieses Schmieden der Arzt und dann dieser dieser Strahl den er da irgendwie um seine Waffe zu schmieden und so das war irgendwie aber dafür hat er einfach einen der fucking geilsten Momente wo er dann auf das Schlachtfeld kommt und du denkst dir so Alter jetzt rockt er die ganzen Brüder weg und äh jetzt habt ihr ein Problem so eine Art am Ende in Wakanda dann quasi für sowas liebe ich das Ganze das war echt grandios das war schon fast so eine Gandalf-Kick äh taucht auf in ihr zweiten Herr der Ringe Film es war einfach wirklich so okay jetzt jetzt geht's ab hier und das war halt echt richtig gut gemacht allgemein fand ich die Endschlacht um das schon mal vorweg zu nehmen auch eigentlich ziemlich cool inszeniert und äh halt ja ich meine man kann diese ganze Geschichte halt wieder hinterfragen im Sinne von wo sie halt sagen so ähm aber wie heißt er nochmal ich komm gar nicht auf den Namen der Robotertyp Vision Vision genau Vision ähm dass Vision halt ja sagt so ja ich will ich bring mich einfach um opfert mich und dann alle so nein und dann halt weißt du so und dann halt heißt es die riskieren wieder so viel Leben um ein Leben am Leben zu lassen und dann haben wir ja auch schon wieder gesagt so eigentlich hat Vision schon recht ne so also es wäre schon irgendwie sinnvoller gewesen ihr hättet es einfach Dreck zerstört alle Steine einfach das war ja du denkst dir die ganze Zeit die ganze Zeit so jetzt haben sie endlich mal begriffen dass die auch mal das und das machen sollen und jedes Mal wenn sie das machen kommt irgendein Stein und verhindert das das fand ich so ein bisschen das ist aber dieser der Schicksal dieses diese scheiß Gauntlets dass du einfach dass du einfach keine Chance hast so dann haben sie dann hat Scarlet Vision getötet oder ihn geopfert so und in dem Moment macht er einfach mit seinem fucking Stein die Zeit zurück das fand ich krass ja das sind so du hast einfach keine die haben einfach keine Chance die haben einfach keine Schnitte auf jeden Fall aber ich meine ist ja letztlich auch mal erfrischend zu sehen dass sie wirklich keine Schnitte haben nach all den Filmen wo man immer dachte der Bösewicht hat keine Schnitte also von daher deswegen fand ich das einfach geil gemacht was ich von der Charakterinteraktion auch noch sehr lobend erwähnen muss ist meiner Meinung nach die Interaktion zwischen Iron Man also Tony und halt Doctor Strange die ja beide sehr arrogant so sind und die Interaktion zwischen den beiden fand ich auch sehr sehr cool und ja sehr geil ja die Truppe fand ich auch cool das also mit Strange und Tony Stark und Peter Parker so noch als dritter so das fand ich schon ziemlich cool und dann später kamen noch die Guardians dazu also Star-Lord Mantis und oh ja das war auch geil Drax war auch dabei glaube ich ja genau und dann kam nochmal irgendwie ein richtig schönes Ding dazu und das war schon eine richtig tolle Truppe so da habe ich schon gemerkt die hatten auch irgendwie das Gefühl dass sie hatten Bock auf diese Szene so ich mache das sehr sehr gerne who is Gamora why is Gamora ja ich glaube das war auch die lustigste Truppe also die hatten schon am meisten Lacher ich meine ist ja auch klar auf jeden Fall wenn du Tony da hast und halt Peter und ah es war super und halt auch aber sie haben auch eine der schwächsten Szene oder sehe ich das als einziger so als sie den Thanos den scheiß Handschuh ausziehen konnten und dann alles war super und Mantis ist auf Thanos drauf und merkt schon wie stark sie ist äh er ist und sie müssen sich beeilen und dann dann kommt Star und kann seine Gefühle nicht im Zaun halten und äh das war wirklich so ein richtiger Moment da hab ich gesagt so Alter lies ne Bravo oder so aber chill ich meine ich kann es verstehen aber es war sehr verliaselbar so also das war halt so ja genau es war so konstruiert sie hätten es eigentlich quasi der Film wäre ja dann vorbei gewesen weil er hätte den nicht so schnell gekriegt den scheiß Handschuh ja aber so ein bisschen Spannung muss ja auch sein ich weiß es ist ein bisschen plump auf jeden Fall vor allem Alter es ist wirklich die standen so kurz davor diesen scheiß Handschuh auszuziehen aber ich ich fand es einfach einfach ganz gut der Spannung wegen weil du musst ja auch so Momente haben wo du wo du denkst ah jetzt gewinnen die und ah fuck doch nicht die haben einfach null Chance ja aber nicht wegen so einem Moment also wenn das so ein Moment wäre wenn er zum Beispiel Mantis einfach es nicht mehr geschafft hat ihn in den Zaun zu halten mit ihrer Fähigkeit so weil er einfach zu mächtig ist dann hätte er es noch verstanden oder oder wenn keine Ahnung wenn er einfach wenn dieser Handschuh einfach nicht wenn er so fest drin dran ist oder so oder so ich weiß nicht einfach mit Sekundenkleber an Hand fest finde ich cool so einen schönen Loctite oder so aber dass der einfach quasi wegen so einer wegen so einer Love Ding ich meine das kann ich auch verstehen dass der halt natürlich da mega sauber ist ja ganz klar so seine Liebe aber für mich war eine Erkenntnis viel schlimmer dass sie ihm einfach den Handschuh ausziehen können wenn sie es wollen und dann ist das Thema gegessen dann kann er einfach nichts mehr machen und ist dann quasi nur stark aber hat nicht mehr diese Fähigkeiten so also das ist alles möglich ja ich meine ja das das stört mich weniger ich fand tatsächlich vor allem eigentlich die Idee ganz clever dass sie quasi halt verhindern mussten dass er seine Hand schließt damit er halt ja das war eine ganz gute Idee das hat das hat viele coole Momente in der Choreografie gegeben wenn dann Leute irgendwie versuchen ihn davon abzuhalten dass er die Hand schließt wenn Spidey dann da seine Spinnenweben webt und so weiter das war schon sehr cool aber ich finde generell die ganzen Kampfszenen ja die waren diesmal eigentlich ausnahmslos gut irgendwie halt choreografiert und haben alles Spaß gemacht ich war auch sehr froh dass diese eine Kampfszene wo quasi hier die Guardians gegen die Avengers oder die Teile der Avengers die halt da waren gekämpft haben weil sie ja nicht wussten wer sie sind ich war ganz froh dass die jetzt nicht zu lange gingen weil ich mir immer weißt du weil du sitzt ja da als Zuschauer und denkst so unnötig und ich weiß eh dass ihr euch nicht gegenseitig umbringen werdet weil das wäre ein bisschen zu dramatisch und traumatisch und dumm gelaufen von daher war da ja klar dass die sich wieder verstehen und am Ende dann an einem Strang ziehen aber ja das fand ich in der Kürze tatsächlich auch ganz cool und halt auch die Auflösung so im Sinne von was? Ihr seid nicht mit Thanos? Wir auch nicht? Okay, ja gut Es gab so ein paar Figuren die jetzt nicht so groß ins Rampenlicht gerückt wurden also der Winter Soldier hatte wirklich fast gar keine Szenen ist auch jetzt nicht mein liebster Superheld muss ich dazu sagen aber okay davor hatte der immer eine sehr sehr wichtige Rolle diesmal war er sehr im Hintergrund genauso wie Falcon hatte nur so ein paar Szenen War Machine das sind so die werden ja auch gerade wenn das wenn es in die Promotion geht dann sitzen sie bei Kimmel und dann haben sie immer riesengroße Interviews und dann sind sie im Film und siehst dir vielleicht nur drei Sätze sagen und dann so okay Ja es ist genauso wie mit Hawkeye oder Widow ist auch schwierig Ich weiß auch nicht wie man das Ich kann mich halt daran erinnern dass sie diese eine Szene hat mit Bruce Banner wo sie halt irgendwie sagen Awkward so das ansonsten erinnere ich mich an gar nichts was sie angeht so wirklich Das sind aber auch Figuren die alle nicht so spannende Fähigkeiten haben und ich glaube dass das da so ein bisschen ins Skript mit einfließt dass da einfach nicht so viel Mühe reingesteckt wird weil die von Anfang an wissen ja okay sind jetzt nicht die Fanfavorites Das war jetzt keine exklusive Black Widow Szene aber halt diese Girl Power Szene in der in der Schlacht quasi wo sie gegen auch den weiblichen also die quasi die ja es ist nicht die Tochter aber halt der weibliche Handlanger der da noch war gekämpft haben Die fand ich komisch anzusehen so von den CGI Effekten her also es war so das CGI generell in dem Film war so manche Sachen manche Sachen waren richtig krass animiert also Thanos allen voran also dem habe ich wirklich abgekauft dass das quasi ein lebendes Wesen ist aber dann hast du so Momente wo dann Bruce Banner in dem Hulk Buster drin ist und du merkst richtig wie er da so Photoshop mäßig draufgeklatscht worden ist das sah so schlecht aus was CGI angeht muss ich ganz ehrlich sagen es gab eine Szene die hat mich richtig rausgerissen ich weiß nicht ob das nur im IMAX also ich habe den halt im IMAX gesehen in 3D und so ob das dann nur da so deutlich wurde aber es war halt das war halt nachdem die alle so gewanischt sind da standen die halt da in Wakanda so am Rande vom Regenwald und der Hintergrund war so eine richtig offensichtliche matschige unscharfe 2D Textur es sah richtig richtig scheiße aus es war halt wirklich so wo ich mir dachte so ey könnt ihr nicht einfach mal für so eine Szene in den richtigen Wald fahren um da zu drehen muss alles CG sein das ist auch so viel gekostet ich meine ich verstehe dass es günstiger ist und aber trotzdem ey ihr seid Disney und ihr verdient mit dem Film wieder so viel Geld könnt ihr nicht dafür einfach mal ein bisschen was on location drehen weil dadurch dass halt schon so viel von dem Film halt sowieso irgendwo im Weltraum und irgendwelchen Raumstationen und so spielt war ja eh klar dass der Großteil irgendwie halt CG sein muss aber können da nicht wenigstens die Szenen die original auf der Erde spielen irgendwo auf der Erde gedreht werden ich fand es sowieso schon bei Black Panther schade dass der Film halt null in Afrika gedreht wurde warum nicht einfach mal wirklich was in Afrika drehen wahrscheinlich halt kosten aber also einfach Geld sparen es ist ja jetzt nicht so als ob sie es nicht leisten können man mag gar nicht man mag gar nicht meinen ich hab das irgendwann mal vor weiß nicht ich hab mal so ein bisschen geguckt es gibt tatsächlich viele viele Filme bei denen du nicht mal ansatzweise wissen kannst oder erahnst dass das CGI zum Teil ist so selbst so wenn ganz normalen Filmen die eigentlich kein CGI haben sollten werden aus Kostengründen nicht mehr irgendwo in der Nachbarschaft gedreht in einem Haus sondern einfach das Haus wird digital reingescreent und so das ist abgefahren was da einfach quasi getrickst wird ja wenn du halt in einem Studio bist die ganze Zeit das ist glaube ich schon ziemlich vorteilhaft für die gesamte Crew Licht ist einfacher Sound ist einfacher damit fängst du schon mal an ja absolut und ähm ich muss aber dazu trotzdem sagen auch wenn es so ein paar Momente gab wo das CGI nicht so gut aussah vergleichsweise macht äh Infinity War und generell die Marvel Filme eigentlich da einen sehr guten Job also wenn man das jetzt so mit ähm scheiße jetzt jetzt will ich das Julesen wenn man das mit dem vergleicht dann sieht es schon halt hart hart nach Computer aus und hart nach ähm ja du merkst halt gerade gerade hier Justice League sah so billig aus teilweise es tut mir echt leid dass ich jetzt da so hart reingehen muss aber es sah echt richtig traurig aus teilweise und das halt bei einem Film der auch halt 300 Millionen Budget hatte oder was das war alter es sah echt scheiße aus und ja auf dem Niveau war es definitiv nicht es war deutlich drüber aber trotzdem ist es halt schade wenn es so ein paar Szenen gibt wo es dich doch noch rausreißt und du denkst so aber das ist doch auch so wieder so sinnbildlich dass du ähm wenn wir jetzt bei beim DCU sind du hast ein Justice League was quasi so wie bei Marvel die erste Phase beendet hat wo du vorher ganz viele Origin Filme bekommen hast und dann kommen sie zusammen für das um als Team gegen das große zu kämpfen naja eigentlich hatten wir keine Origin das war ja eigentlich genauso bei den meisten Charakteren ja genau du hast ja bei DCU keinen Origin Film und das ist auch so ein Problem so du hast keinen Aufbau oder Spannung und dieser dieser das MCU hat es zehn Jahre lang zu einem großen Knall gemacht und ich muss sagen ich bin eigentlich mega was das angeht schon zufrieden gewesen wie sie es zusammengebracht haben ja überhaupt also wenn ich jetzt so drüber nachdenke also ich habe mir jetzt auch so nochmal rückwirkend so ein paar Szenen aus Iron Man und Thor und so reingezogen und mich an diese Zeit zurückerinnert und damals war es ja konnte man noch nicht so richtig erahnen außer du warst jetzt wirklich tief in der Materie drin dass das irgendwann dass das wirklich geplant war irgendwann diese Avengers aufzubauen du hattest ja schon bei Iron Man oder Iron Man 2 diesen Nick Fury dieses Nick Fury Cameo ich glaube sogar bei Hulk ne der war überall ja der war bei Iron Man beim Hulk weiter und du hattest so einfach also der Aufbau fing halt sehr früh an aber sehr schleichend und ohne dass es jetzt in your face war und dann kam es für jemanden wie mich der da jetzt nicht so tief in der Materie drin war dann halt überraschend dass es dann in diese Richtung tatsächlich ging und da ist DCU halt komplett mit einem Konkurrenzgedanken reingegangen so ey wir müssen irgendwie Justice League jetzt machen ganz schnell zack 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 und das das hat dann halt denen das Genick gebrochen und ich glaube das Ganze zerfällt jetzt auch sondern es ist irgendwie so einfach nur kopiert und ja das muss man denen aber doch hoch anrechnen also ich weiß dass das MCU gerade sehr krass auch in der Kritik steht gerade für so für so Blockbuster-Filme und so von gerade von den Film Fans und Kino-Liebhabern aber das deswegen bin ich auch so involviert darin weil ich sowas noch nie erlebt habe dass ich 10 Jahre lang so komplett von Film zu Film weitergeschickt werde manche Sachen sind halt Crap und sind halt nicht so gut manche Sachen sind kleine Highlights aber am Ende gibt es das große Zusammenkommen wie so eine Staffelfinale so von der Serie du hältst halt durch und bist irgendwie involviert und dann kommt der große Knall und du bist so drin dass du einfach nicht mehr aufhören kannst da wegzuschalten so ich bin sogar noch mehr involviert jetzt durch den Infinity War ja das ist einfach ja auf jeden Fall vor allen Dingen weil die Qualität in der Regel ja dann doch relativ hoch war also es gab so ein paar Ausnahmen wie halt die ersten beiden Thor-Filme die jetzt nicht so gerade der zweite Thor-Film war echt ey wie Chris Samthorff geschminkt war das war scheußlich guckt es euch nochmal an es sieht wirklich schlecht aus also aber bis auf diese paar Ausnahmen war halt eigentlich die allermeisten Filme waren ja mindestens gut und einige halt wirklich sogar ziemlich gut so also ja und MCU ist auch an den Filmen gewachsen ja also du hast es mittlerweile selten dass du sagen kannst also wann konntest du das letzte Mal sagen dass ein Marvel-Film scheiße war wahrscheinlich der zweite Thor fällt mir jetzt ein Iron ja genau oder Iron Man 3 was ein sehr komisches Ende hatte ja aber der war auch jetzt nicht scheiße sondern ich würde sogar Age of Ultron sagen aber das Ding ist ja das sind immer das sind immer so Filme die die diesen also ich würde nie sagen dass die scheiße sind so ich gehe immer zumindest irgendwie unterhaltend raus aber manche Sachen bleiben hängen manche sind so Fast Food dass ich die schnell vergesse und halt so Formel vor allen Dingen auch aber gerade das aber genau und aber gerade Phase 3 ähm hat es geschafft dass eigentlich fast jeder Film irgendwie für sich genommen geiler geiler Streifen war so Civil War oder Thor Ragnarok Black Panther habe ich jetzt nicht gesehen aber Spider-Man Homecoming und so die fand ich alle cool die fand ich alle richtig gut haben richtig Spaß gemacht ich finde Marvel-Filme definieren auch so ein bisschen das Genre Film so ein bisschen neu weil was ich mittlerweile ganz oft beobachte ist sind so Diskussionen gerade von den Marvel-Kritikern die sagen ähm die so ein bisschen anzweifeln dass dass die Filme ähm überhaupt richtige Filme sind ne also wenn du jetzt Infinity War anguckst das ist ja eigentlich so eine halbe Mahlzeit sozusagen und ich weiß nicht wie steht ihr dazu also sind das für euch noch Filme oder haben die wie bewertet ihr das also es ist halt echt ziemlich schwierig Blockbuster-Filme ne und ich meine ich weiß jetzt nicht klar du kannst sagen die sind halt noch ein bisschen mehr irgendwie alle so ein bisschen nach demselben nach demselben Schema und sehr nach Formel gebaut und halt diese Kontinuität ist manchmal auch ein Nachteil weil du halt einfach schon von vornherein weißt also da haben wir ja eben schon ausführlich drüber geredet so ja es kann ja jetzt nicht sein dass Spider-Man stört und sowas weil da kommt ja noch mehr und da muss ja noch mehr kommen aber letztlich sind es halt also ich hab schon schlechtere Blockbuster-Filme gesehen und es kommen auch regelmäßig schlechtere Blockbuster-Filme raus und ich finde jetzt also ich ich weiß also ich finde diese Sorge so dass jetzt alles irgendwie halt sich daran orientieren will und da irgendwie halt auch so alles zu riesigen Franchises ausbauen will und dass wir dann nur diese Franchise-Filme haben und dass Star Wars ja jetzt in eine ähnliche Richtung geht und so und dass dann halt dann auch das Besondere zum Beispiel an einem Star Wars verloren geht das verstehe ich alles aber ich denke mir auf der anderen Seite weißt du was ist die was ist so schlimm daran wenn du wenn du richtig gute Filme sehen willst die in eine andere Richtung gehst dann geh doch ins Kino und guck dir Shape of Water und äh Three Billboards out of äh Kempton wie heißt der? Missouri ja ich hab den sogar gesehen aber ich weiß gar nicht mehr wie die Stadt heißt ähm das hatten wir vor allem schon mal in einem Podcast als ich nicht mehr wusste wie die Stadt heißt ist ja auch egal ähm auf jeden Fall gibt's ja genügend Filme die in eine andere Richtung gehen und die sagen wir mal ein bisschen mehr Arthouse und Oscar sind und so aber das das wird dir ja nicht weggenommen durch die großen Blockbuster Filme und die gab's ja schon immer und ich meine ob das jetzt keine Ahnung also da gibt's echt einige Blockbuster die ich als also die das sagen wir mal wertloser ansehe als jetzt die als die Avengers oder die allgemein die Marvel Filme halt ich seh das ein bisschen so wie so eine ähm langgestrickte Serie hab ich das bestimmt hab's nur mal angedeutet dass mir das irgendwie immer in den Kopf kommt weil du kannst Infinity War glaube ich nicht so hundertprozentig genießen wenn du die ähm wenn du die Folgen davor nicht geguckt hast so in der Art ähm weil du du bist nicht involviert du kennst nicht die Beziehungen du weißt nicht was die alles durchgemacht haben warum hat Thor nur noch ein Auge warum ist Groot ein Teenager so du kriegst das ja alles nicht mit und du weißt das ja alles vorher nicht ähm und die Origin Filme an sich die kannst du ja auch einfach so gucken wenn du keine Ahnung hast vom MCU ähm aber die Auswirkungen die die Avengers Filme haben die haben ja auch Auswirkungen zum Teil auf diese ganzen Origin Filme oder auf die darauffolgenden Filme das sind quasi so wie diese ähm das ist auch in den Comics übrigens so dass es immer Ereignisse gibt die dann auf alle Comics die für sich stehen egal ob es das Daredevil ist die X-Men alles drum und dran das hat da immer eine Relevanz ich war mal es gab mal so so eine Comicreihe von Marvel das war so eine Zombie Apokalypse und die hat auch wie in jedem anderen Comic dann halt eine Bewandtnis gehabt so dieses eine Ereignis und jetzt sind doch alle Zombies und so und das finde ich einfach geil dass du dann wenn du dich wenn du mitgehst dass du dann so ein großes so eine Sahnetorte kriegst und natürlich ist das Fanservice der Infinity War ist jetzt storymäßig keine Glanzleistung es geht ja nur darum dass Thanos die Steine sammelt und die versuchen das irgendwie zu verhindern und sie beschäftigen sich in meinen Augen nicht so intensiv halt mit seiner Ideologie die wird halt thematisiert und dargestellt aber es wird ja jetzt nie irgendwie also die Avengers sagen halt nein mach das nicht das ist böse und das war's also da wird ja jetzt nie irgendwie wirklich hinterfragt so okay aus den oder den Gründen ist das jetzt vielleicht doch gar nicht so schlecht was er macht sondern es ist halt einfach nur so nee ist es schlecht Ende ja sie reagieren einfach nur dass er jetzt da ist und dass er mit aller Gewalt das haben will und so und das ist wirklich keine Glanzleistung dieses Writing aber dafür wie gesagt du sitzt im Kinosessel und freust dich über wie das zusammenpasst und die ganzen Charaktere zu sehen und es ist Fanservice und dann du kriegst die Belohnung und so und dann am Ende noch so rauszugehen dass du okay wir haben es gerade angekündigt dass das jetzt nicht das Beste war weil es halt so viel drumherum schief gelaufen ist aber allgemein diese Idee dahinter dass du dann rausgehst und sagst alter was denn jetzt da passiert alle meine Superhelden die ich so gerne gemocht hab die sind alle weg das ist ja geil so ich kann das auch einfach nicht verstehen wieso das komplette halt verwerf ja ich meine das Ding ist halt das ist auch wieder sowas wo man wo man jetzt sicher sagen muss man kann ja nicht abstreiten dass es funktioniert also es gibt ja so also wenn du dir anguckst wie erfolgreich diese Filme sind dann ist ja deutlich dass es da draußen ein breites Publikum dafür gibt das davon begeistert und das muss jetzt noch nicht zwangsläufig heißen dass etwas auch gut ist weil es gibt genügend schlechte Filme wie die Transformers Filme oder so die super erfolgreich laufen aber es zeigt ja auf jeden Fall dass es Marvel gelungen ist dass sich nochmal ganz neue halt eine ganz neue Zielgruppe plötzlich für diese Charaktere die es in Comics schon ewig gab und die da schon ewig irgendwie Leute begeistert haben dass die jetzt nochmal komplett andere Leute begeistern oder dass halt gerade auch zum Beispiel die Guardians die ja halt also das war ja wirklich so absolut Insider-Comic also das war ja jetzt nicht sowas wie Captain America und Iron Man und Batman und Superman und ne so irgendwie die Großen die man halt kennt sondern das war ja wirklich so komplett Nische und dass sie daraus so eine große Marke gemacht haben die halt so viele Fans hat und so viele Leute die sagen die Guardians of the Galaxy finde ich geil das ist ja auch also anerkennen muss man das ja zumindest so da gibt es ja gar keinen Weg drum rum also dass ihnen da extrem viel mit gelungen ist das kann man ja nicht abstreiten ja man kann halt man kann halt kritisieren dass die Filme halt zum größten Teil nicht allein für sich stehen können weil sie halt so eine so ein Serienformat haben aber ich finde das ist halt gerade der Reiz weil du dadurch etwas schaffen kannst was du in einem klassischen 90 Minuten Film nicht hinbekommen kannst okay so ein cooler 90 Minuten Film der perfekt ist der der ist halt schön rund der hat einen Anfang der hat eine Mitte ein Ende und alle Fragen sind im besten Fall beantwortet oder du guckst dann später bei Reddit was da die subtilen Hinweise waren aber ich guck mir die Filme vor allem an wegen der Chemie wegen den Figuren ich kann mir halt alter ich kann mir halt die ganzen Analysevideos oder Recaps zu alten Comics kann ich mir angucken und ich kann erahnen dass die Guten am Ende gewinnen und so weiter aber gerade das gilt aber ja auch für die meisten Filme dass du erahnen kannst dass die Guten am Ende gewinnen oder das ist halt in jedem Film eigentlich der normale Outcome also das ist ja vollkommen normal ja oder du hast halt so einen richtig krassen krassen Arthouse Schinken aber das ist ja gerade in Blockbustern kannst du halt nicht immer vom Happy Ending ausgehen also ja genau klar bei Blockbustern ist das so aber ich finde halt wie gesagt einfach so dieser Reiz zu sehen wie Figuren miteinander interagieren die vorher noch nicht zusammen kamen einfach so diese Vorfreude davor zu sehen oh was passiert wenn die aufeinander stoßen und die sind sich irgendwie ähnlich ich will mal wissen wie die Chemie zwischen denen ist das ist so für mich der ultimative Reiz und auch die Kämpfe einfach zu sehen was sich da Marvel wieder ausdenkt um da einfach kreativ zu sein ja und da kann man einen Bogen schlagen weil das war nämlich der Moment wo ich die Aftercredits-Scene gesehen habe von Infinity War wo wir zum ersten Mal wieder mal ich hab irgendwie so im Glauben gedacht dass Nick Fury irgendwann mal gestorben ist irgendwie er ist fast mal gestorben er wurde gejagt ja er ist gestorben quasi und dann haben sie gesagt nein er ist doch nicht gestorben das war dieser große Twist irgendwie so und das war da war ich ein bisschen überrascht dass der noch da ist aber zumindest dass er kommt mit hier Robin auf jeden Fall auf jeden Fall und dann der Moment wo wir sehen dass er irgendwie seinen Pager rausholt aus dem Jahr 1994 um Captain Marvel eine Nachricht zu schreiben oder uns Hilfe zu rufen und da hab ich gedacht so diese Vorfreude was er gerade Cliff gemeint hat so dieses okay jetzt kommt noch ein Player dazu den ich sogar kenne aber ich hab davon sogar zwei drei Comics gelesen und ich mir gedacht hab yes alter jetzt kann jetzt kommt wieder was Neues was Geiles was hinzu ich bin da ich muss allerdings ich muss allerdings auch sagen dass es ein bisschen wenn man drüber nachdenkt super konstruiert ist warum sollte er als erstes sie rufen und nicht die Avengers so meinst du so hä ich meine er weiß ja nicht was die Avengers gerade machen wahrscheinlich oder weil die Avengers sind ja nicht mehr halt Shield organisiert und so sondern die machen ja quasi auch in dem kompletten Film ihr eigenes Ding und die sind ja von Anfang an jetzt nicht irgendwie naja okay die Regierung weiß schon so ein bisschen Bescheid weil es ja diese eine Szene gibt wo die halt aufeinander stoßen und die da irgendwie so 3D mäßig irgendwie in so einer Konferenz dabei sind ich weiß es nicht aber auf jeden Fall ist es ein bisschen seltsam dass er als erstes die ruft und nicht irgendjemand anders aber mein Gedanke war eher oh der ist noch da macht er irgendwas also Shield existiert noch what the fuck is going on also ich dachte so okay der ist jetzt auf eigenem Fuß unterwegs und macht so undercover sein Ding und ja ich hab auch grad Gänselhaut bekommen als Jethivin das nochmal erzählt hat weil du hast ja dieses krasse Ende mit Thanos wie er den Fingerschnitt macht dann hast du dann hast du die Credits die laufen die unendlich lange laufen holy fuck und du dir am überlegen bist soll ich jetzt aufstehen oder nicht aber du bleibst sitzen hörst dir die Musik an und dann siehst du halt wie gerade die Stadt komplett durchdreht und dann dachte ich so geil wobei ich tatsächlich sagen muss dieser eine ist also wo dann irgendwie wahrscheinlich sind es der Mann und Frau und die Frau verschwindet glaube ich war es und der Mann ist noch da und ich denke mir so da hätte ich mir jetzt schon gewünscht dass der Typ so ein bisschen mehr durchdreht weil der nimmt das irgendwie zu gelassen irgendwie so also weißt du wenn da irgendwie eine Person vor deinen Augen einfach sich so in Luft auflöst da würde ich schon durchdrehen also da würde ich schon so woa also da hätte ich das fand ich ja viel schlimmer eigentlich bei Samuel L. Jackson das ist ja wirklich eine Gag-Nummer gewesen oder ich meine der löst dich der fucking stirbt gerade und dann sagt er so oh fuck no alter ich hätte ich hätte so geschrien wie Peter Parker und der Samuel L. Jackson macht wieder seinen typischen Samuel L. Jackson und er fehlt noch so ein Motherfucker hat er das nicht im Englischen sogar gesagt also er hat es nicht ganz rausbekommen so Motherfucker ach du ernsthaft das fand ich aber geil und deswegen sage ich jetzt ein Gag-Buff so irgendwie du nimmst es so wahr weil das ist halt fucking normal Samuel L. Jackson der darf das ja der darf das Motherfucker also auch der Charakter ist es ja von daher passt das schon einigermaßen finde ich habt ihr zum Film noch was zu sagen also gibt es noch irgendwas was ihr erwähnen wollt irgendwelche Szenen die ihr besonders geil fandet die ihr nicht gut fandet oder sonst irgendwas ähm der eine Showdown auf ich glaube das war Thanos Heimatplanet wo du wo du dann die ganzen Figuren hattest die dann also Spider-Man Strange und die Guardians und so weiter die dann gegen Thanos gekämpft haben das fand ich alles super geil auch wie Spider-Man mit seinem neuen Anzug da umgegangen ist dass dass ihnen dieses Ding diese diese extra Arme auch noch teilweise geschützt haben und ihn vor so aufprallen ähm ja quasi geschützt haben das fand ich sehr geil und natürlich diese diese geile Szene wo Thanos irgendwie den Mond auseinander bröselt und und auf alle fallen lässt das hat mich so an mich gut erinnert also holy fuck ja das fand ich sehr gut bestimmt noch ein paar andere Sachen ja hier wo wie heißt wie heißt wie heißt wie heißt die Ratte der Fuchs so hat Thor ihn immer genannt ich hab den Namen vergessen Rocket genau Rocket wo dann Bucky ihn hält und dann alle alle so abschießt das war schon alles sehr cool auf jeden Fall ich muss auch sagen es ich hab zum ersten Mal einen Avengers Film gehabt wo ich Scarlet Witch nicht irgendwie total nervig fand weil die sonst geht die mir immer auf den Sack vor allem ich find die sind im russischen Akzept hatte die den im Deutschen weil im Englischen hat sie den komplett verloren ja ja sie hat ihn sie hat ihn nicht mehr so krass also das muss man schon sagen ich hab auch gedacht so hey der hat sich ein bisschen gebessert sie sie ging mir aber nicht mehr so auf den Sack und ich fand sogar dass mir ihr Anliegen mit Vision einfach außerhalb ein vernünftiges Leben zu führen fand ich sogar nachvollziehbar irgendwie und vor allen Dingen auch dass viele haben sich bei mir also ich hab das ja im Kino mit ein paar Freunden die haben mich so gefragt hä wieso ist jetzt Captain America ähm jetzt gerade in Schottland und rettet die aber der hat ja quasi hat ja vorher ähm ähm Bruce Banner ähm Captain America angerufen und der hat gesagt ich weiß wo die sind also das hat alles irgendwie alles Sinn ergeben und deswegen war ich voll zufrieden eigentlich so damit ja tatsächlich ja ja die war die fand ich auch generell die Scarlet Witch fand ich in dem Film sehr gut vor allem sie du hast das Gefühl dass sie ihre Kräfte nicht so krass unter Kontrolle hat und dann so ein sie hat so eine sie hat sehr impulsive Kräfte und ähm dann auch zu sehen wie sie so im Nahkampf äh auf die Sachen reagiert die können also sie könnte ja einfach also rein physisch relativ einfach gekillt werden aber sie schafft es dann trotzdem sich dann irgendwie so ja doch noch durchzukämpfen und auch überhaupt ihr ganzer Einsatz auf dem auf dem Schlachtfeld in Wakanda fand ich auch sehr cool ja ich vergesse übrigens immer wieder dass sie ja gespielt wird von der Schwester von den Olsen Twins ja ja mittlerweile hat sie die Bekanntheit ja ja ich meine dadurch dass Fuller House jetzt wieder läuft das wahrscheinlich so ein bisschen die zumindest ne ne aber ich glaube dass auch Full House jetzt wieder so noch ein bisschen mehr im Bewusstsein ist wieder als achso ja sie ist mir aber auch sympathischer mittlerweile als die Schwestern ja auf jeden Fall so krass allgemein ich gucke mir total gerne weiß auch nicht wieso also bevor ich schon Infinity War im Kino gesehen habe ich habe mir einfach die ganzen Interviews und so angeguckt weil ich diese einfach auch so wie sie miteinander umgehen die Schauspieler selber jetzt ich habe die Liebe zu Anthony Mackie entdeckt auf jeden Fall das wollte ich auch sagen unheimlich unheimlich witziger Typ unheimlich witziger Typ ja oh du Scheiße ich denke mir die ganze Zeit so wo bist du denn sonst noch ich würde dich gerne noch woanders sehen weil ich den einfach mal auf einem BB nachgucken da wird man echt ein bisschen da wird man ein bisschen da wird man auch ein bisschen zum Fanboy weil ich mich auch immer wieder dabei erwische wie ich so Interviewfetzen mir angucke oder so es gibt ja so Compilations auf YouTube wo du dann siehst hier Chris Hemsworth funniest moments Tom Helland is a spoiler dude und es ist es ist wirklich man taucht da richtig so rein und man merkt auch einfach dass das die Chemie nicht nur vor der Kamera sondern auch hinter der Kamera stimmt exakt ich habe auch gedacht so oh wie ist denn das jetzt bei Chris Pratt mit Chris Hemsworth und was weiß ich und man weiß ja nicht das sind ja auch schon irgendwie schon so Stars aber die scheinen sich alle zu mögen es gibt keine Reibe rein zumindest merkt man dann nichts oder hört man nichts das ist irgendwie geil das macht dann Spaß schon im Hintergrund irgendwie dabei zu sein auf jeden Fall ja ja also ich muss sagen insgesamt wie gesagt bis auf diese halt diese Einschränkung dass halt diese Kontinuität so ein bisschen halt so irgendwie den Impact und den Effekt quasi der Tode irgendwie mir genommen hat und ich da irgendwie jetzt nichts so richtig ernst genommen habe und nie irgendwie richtig mitgefühlt habe weil ich mir halt immer dachte so ja okay komm ich glaube halt sowieso Jonas sagt das immer so schön eigentlich muss man halt quasi den zweiten Teil sehen um zu beurteilen wie gut der erste wirklich war weil man halt echt nicht weiß wie viel jetzt wirklich irgendwie konsequent da jetzt drin hatte das kann ich nicht das kann ich nicht also ich verstehe die Logik aber nach der Logik müsste ich halt Matrix 1 Matrix 1 hassen ey wie kommt wieso komme ich auch direkt auf Matrix ich habe jetzt genau den gleichen Gedanken ja weil das ist halt auch so das ist halt so das Paradebeispiel für den ersten für einen ersten Teil der richtig gut ist und in sich geschlossen und einfach super gut funktioniert und dann kommen halt so die zweiten Teile und ziehen das irgendwie nach und nach runter weil die einfach so over the top aber kannst du den Film für dich alleine sehen und nicht daran denken dass da alles am Ende wieder gerade gebogen werden wird oder fast alles was auch immer wir werden es ja sehen ja das klar also man muss jetzt erstmal gucken was passiert im zweiten Teil aber ich kann ja nicht ich kann ja nicht die diese ähm wie soll ich sagen die Emotionen die ich gespürt habe als ich den ersten Teil gesehen habe die kann ich nicht löschen ja ja aber meine Emotionen wurden dadurch quasi von Anfang an ja gehemmt also bei mir ist es halt wirklich dass ich sehr unbefriedigt auch so ein bisschen aus dem Kino rausgegangen bin weil ich mir halt gerade so gedacht habe so ja okay aber was davon wird letztlich wirklich stehen bleiben und was wird halt inkonsequenter Quatsch sein der halt sowieso wieder geändert wird und es ist halt irgendwie seltsam aus dem Film rauszugehen wo du nachher den Eindruck hast nichts davon also im schlimmsten Falle sagen wir mal nichts davon wird irgendwie am Ende tatsächlich noch Bestand haben sondern es wird alles wieder geändert es ist halt so wie wenn du zurück in die Zukunft eins geguckt hättest und da hättest du schon den Eindruck bekommen naja okay aber jetzt gehen sie zurück in die Vergangenheit und ändern wieder alles so ja ist halt irgendwie mit das so ein bisschen schon halt mir was weg ja das kommt glaube ich auch wirklich von Personen auf jede Person einzeln an also ich bin da relativ einfach ich will einfach dass die zurückkommen und überleben und Thanos in den Arsch treten ähm ja aber wenn man wenn man es natürlich strenger sieht ist es natürlich ein bisschen schwierig also ich weiß nicht ich bin da generell so bei bei Popcorn Kino dass dass ich da solche Sachen gerne verzeihe ich glaube ich meine ich glaube wir sind alle so ein bisschen so also ich glaube wir werden jetzt nicht Marvel das MCU hassen wenn die jetzt alle zurückkommen ich verstehe beide Seiten also ich meine ich gehe ja auch davon aus dass das passieren wird und ich möchte es eigentlich auch nicht anders haben weil ich möchte ja auch noch weiter Black Panther und Spider-Man und so sehen also von daher das wäre echt zu krass wenn die einfach Black Panther komplett aus dem Franchise rausreißen ja haben sie alle wiederbelebt und dann sagen sie oh was mit Spider-Man oh den haben wir jetzt aber vergessen ne ich muss auch sagen also ähm du bist jetzt wahrscheinlich schon so ich würde gerne gleich noch danach mit euch darüber reden so ein bisschen spekulieren oder Wunschdenken was im zweiten Teil passieren wird okay ja also zumindest ich muss habe ich ja eingangs schon erzählt aber ich muss immer noch sagen dass ich ähm ich war sehr heiß auf dem Film weil man natürlich so ein bisschen involviert ist und gespannt ist was sich jetzt da entlädt aber ich hätte nicht gedacht dass ich schon so von der ersten Szene immer dieses ungute Gefühl hatte wenn Thanos irgendwo auftritt und gegenüber den Superhelden halt kämpft oder so ähm deswegen ähm spürte ich etwas was ich eigentlich bei Marvel eigentlich nie spüre und zwar wirkliche Gefahr dass irgendeiner von denen mal wirklich das Zeitliche segnet ich muss aber auch wirklich den Martin da recht geben dass es an mancher Stelle so konstruiert äh wirkte dass mir der Impact zum auf jeden Fall ähm letztlich wirklich auch an der letzten Szene ähm obwohl es kein Happy End ist weiß man dass das schon irgendwann mal ein ähm Happy End wird ähm das ist schon schade aber ähm ja ein wirklich sehr sehr krasses Happy End aber ich muss halt wirklich trotzdem sagen ich war im ganzen Spiel ich war völlig überrollt ich war gar nicht darauf vorbereitet dass hier wirklich Loki stirbt dass Gamora stirbt dass äh Tony Stark fast verreckt ähm dass jeder irgendwie Gefahr läuft hier irgendwie äh unter weiß nicht das Zeitliche zu segnen ähm ja deswegen ich war sehr zufrieden vielleicht war ich darauf auch wiederum zu vorbereitet weil ich halt vorher immer schon gehört habe ja das wird krass und hier wird der sterben wird jener sterben ich hab halt eigentlich fest damit gerechnet dass Charaktere sterben und entsprechend hat's mich jetzt ich dachte aber nur einer und ich dachte auch wirklich so ein für immer nicht so dass jetzt ein halbes ja ja das halbe Universum und dann halt schon so ja gut das könnt ihr aber nicht stehen lassen ja aber ich meine dadurch war's jetzt quasi letztlich für mich quasi inkonsequenter als ich gedacht habe weil ich halt ne halt wie gesagt davon ausgehe dass jetzt eh die allermeisten zurückkommen werde bis auf vielleicht halt Loki oder so aber ansonsten ist da glaube ich kein Todfinal halt Loki vielleicht und ansonsten gehe ich echt davon aus dass die alle in irgendeiner Form zurückkommen werden und das ist halt schon irgendwie ein bisschen wenig wenn man eigentlich erwartet dass da mehr passiert ähm ich hoffe halt dass quasi dasselbe ungute Gefühl im zweiten Teil wieder da ist und halt dann aber auch wirklich konsequent Charaktere sterben und halt auch wirklich ersichtlich ist okay der ist jetzt wirklich tot und der wird nicht irgendwie wieder zurückkommen sondern das war's ähm aber naja mal gucken was was erwartet ihr denn vom zweiten Teil oder was wünscht ihr euch vom zweiten Teil was wäre ein Weg das wieder quasi zurück zu spinnen zurück spinnen wird schwierig ich glaube das geht nicht mit den Steinen ähm ja klar die Zeit zurückdrehen und nochmal den Film wiederholen ähm ne also ich hoffe mir persönlich ähm dass die die ganze Spannung um Thanos weiterhin aufrechterhalten was wo ich tatsächlich ein bisschen Angst habe ist dass jetzt nochmal im letzten Film so die Einstellung herrscht so okay let's wrap it up so das Schlimmste ist passiert jetzt jetzt kriegt Thanos auf die Fresse weil du hast ja jetzt im Grunde keine Spannung mehr für seinen Charakter außer dass okay er hat ja jetzt sein Ziel erreicht aber was kommt als nächstes das einzige was ich mir vorstellen kann und was ich interessant fände wäre wenn Thanos in irgendeiner Form reflektiert was passiert ist was also dass er seine eigene Ideologie äh hinterfragt oder dass da irgendwie noch eine Charakterentwicklung stattfindet ähm und ich ich bin sehr gespannt auf Captain Marvel und und wie ähm wie der nächste Infinity War quasi die nächste Phase quasi einleiten wird weil wir können ja jetzt uns ungefähr ausmalen also die Theorie ist da dass die Figuren die übrig geblieben sind quasi also das ist eine Theorie dass die irgendwie ihr Opfer eingehen werden und ähm um praktisch äh die Toten zu retten oder irgendwie sowas in der Richtung also es muss ja irgendwie ein Opfer stattfinden und ähm ja da bin ich gespannt einfach was Infinity War für die ja für die nächste MCU Phase einleiten wird ähm also ich erwarte eigentlich schon wirklich so diese äh Verschmelzung von Captain Marvel mit den Avengers den Verbliebenen und dann halt wirklich so diese ja diese Jagd nach Thanos und den Infinity Steinen und wahrscheinlich wird es dann ja was was viele halt vermuten dass da irgendwie der Zeitstein eine wichtige Rolle spielt oder so das kann ich mir gut vorstellen ich hoffe nur nicht dass das irgendwie innerhalb der ersten zehn Minuten passiert und dann alle wieder da sind dass dafür ist das warten wir dann doch zu lange dass ich am Ende so eine zehn Minuten Erklärung kriege und dann ist das Ganze wieder okay das fände ich nicht cool ähm was ich witzig fände so ein Gedanke weil ja gerade so Disney versucht 20th Century Fox zu kaufen und damit dann wahrscheinlich auch die Rechte von den X-Men und so ähm dass da zumindest die Hälfte der X-Men die noch am Leben sind dass die noch irgendwie mit reinkommen und dann irgendwie schon nochmal eine größere Übermacht kriegen jetzt vielleicht die Wolverine oder so aber keine Ahnung vielleicht Beast oder Cyclops oder so man weiß ja nicht vielleicht nochmal ein paar neue Mitspielereien und dann auch nicht auf die Mütze so also in dem Film schon meinst du das wird schon alleine deswegen nicht passieren weil der Film schon gedreht ist achso ne die haben die sind schon im Editing also die haben beides auf einmal gedreht ah ok ah ok ok dann ist das dann ist das Quatsch weil ich sage aber später dann ja ne aber das ist ein guter Punkt weil ähm da dann da dann tatsächlich durch diese ganzen Infinity Stones dann auch nochmal die Frage kommt ähm ob ob an der Realität irgendwie geschraubt wird so weil du hattest ja noch keine Mutanten das Wort Mutant war sogar nicht mal die hatten nicht mal die Rechte an an das Wort Mutant MCU deswegen Scarlett Johansson ist ja aber nicht Scarlett Johansson oh Mann Scarlett Witch oder wie die heißt die ist ja eigentlich ein Mutant aber das sagen sie nie in den Film erklären sie einfach nur dass Scarlett Witch ähm äh durch durch einen von diesen Infinity Stones oder so ihre Fähigkeiten bekommen hat was eigentlich Quatsch ist weil die in den in den Comics ja äh auch ein Mutant ist ähm von daher hoffe ich da auf jeden Fall Vietiwin dass dass das irgendwann dann in der nächsten Phase dazu führen wird dass die ganzen X-Men dazukommen aber bitte nicht mit den gleichen Schauspielern die wir bisher haben das wäre furchtbar und wieder komplett resettet und nichts von dem ich hätte schon gern hier Michael Fassbender und der Verlust so finde ich schon ganz geil so ein paar Schauspieler das so ein paar Schauspieler das wäre schon ganz cool aber ich hab auch so ein bisschen Angst jetzt auch mit Venom was ja jetzt auch so wieder so ein Zwischending ist du weißt ja nicht so genau also du weißt ja MCU hat die Recht so Halbrechte an Spider-Man und Sony macht aber sein Ding mit Venom ich hab so ein bisschen Schiss dass die Billow Production Value von Sony so ein bisschen irgendwann so sich einschleicht ins MCU da hab ich richtig Schiss vor weil die Gefahr ja ziemlich groß ist du hast ja halt dieses dieses Problem dass die haben ja mit Spider-Man quasi so eine Art Freund so ein Freundschaftsstil zwischen Sony und und Marvel und da hab ich Angst dass Sony dann irgendwann so ein so ein beschissenen Einfluss dann hat da hoffe ich dass das nicht passieren aber ich hoffe nur nicht dass Sony ich hoffe nur nicht dass Sony irgendwann mal überheblich werden und sagen ah danke jetzt machen wir ne Scheiß alleine ich brauch euch nicht die Gerüche gibt's ja auch wieder irgendwelche kommen so Kack Spiderman Filme wieder raus weil tatsächlich hat das hat dieser Einschlag vom MCU ins Spiderman Franchise tatsächlich dafür gesorgt dass Spiderman wieder mal irgendwie ne Nummer ist weil davor war das echt so ein das ist einer der bekanntesten Superhelden überhaupt so und der hat da einfach keinen okay die Sam Raimi Filme jetzt mal ausgeschlossen die ja wirklich toll sind zumindest die ersten beiden aber der hat ja wirklich zumindest die ersten beiden ja der hat ja wirklich dann keine Rolle mehr gespielt so und das ist dann schon schon gut gewesen aber nicht Venom passt der überhaupt nicht also er gehört irgendwie ins MCU weil er halt ein Teil des Marvel äh Universums ist aber irgendwie passt er jetzt nicht in das MCU also in dieses Cinematic Universe zumindest nicht so wie wie sie es in den Trailern gezeigt haben also es wirkt mir ein bisschen zu edgy zu gewollt also da fehlt mir so ein bisschen der eigene Charme tatsächlich aber das muss man das muss man alles noch sehen aber jetzt nochmal ganz konkret wie glaubt ihr werden die quasi am Ende gewennigten Avengers wieder zurückgebracht weil dass sie zurückgebracht werden davon können wir ja ausgehen aber wie passiert das was ist eure Vermutung ich glaube dass ähm ich weiß nicht wie die Figur heißt aber die äh junge Forscherin aus Wakanda äh ich glaube dass die irgendwie ja Shugi glaube ich irgendwie so äh ich glaube dass sie sich vielleicht ähm sie hat ja diesen Stein von Vision analysiert oder wahrscheinlich hat sie Informationen zu dem Stein vielleicht kann sie sowas wie ein Präparat bauen oder was auch immer was es denen irgendwie ermöglicht ähm vielleicht die Leute nach und nach zurückzuholen oder irgendwie ja irgendwie einen Einfluss darauf zu haben ähm ja weil wenn die Theorie stimmt dass die ganzen Figuren in so einer Art Paralleldimension sind oder whatever ähm dann liegt der Gedanke nah dass die vielleicht irgendwie so ein Präparat haben das die Fähigkeit dieses Steins irgendwie emittiert ich denke es wird in die Richtung gehen ich kann da gar nicht so konkret sagen weil so krass habe ich mich jetzt da gar nicht mit beschäftigt ich gehe schwer davon aus dass das auf jeden Fall mit den Steinen passieren wird weil es gibt ja so Theorien dass das irgendwie wie gesagt so eine von Ant-Man so eine Molekularwelt gibt wo die irgendwie gefangen sind und Ant-Man und The Wasp können da irgendwie Kontakte aufnehmen solche Sachen habe ich gelesen und ach und so weiter und so fort Nebula soll eine ganz ganz wichtige Rolle spielen ich habe überhaupt keine Ahnung aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher dass dieser Zeitstein schon sehr sehr wichtig wird um irgendwie Sachen zurückzudrehen ich habe auch absolut keine Ahnung also ich habe mich auch ganz gezielt und bewusst nicht informiert in diese Richtung ich möchte eigentlich auch überrascht werden aber ich glaube halt es wird entweder irgendwie halt über den Zeitstein irgendwie sein dass sie halt wirklich die Zeit zurückdrehen oder sie werden halt wirklich irgendwie was in einer Paralleldimension machen halt über auch vielleicht den Stein den vorher halt Doctor Strange hatte ja man wird es echt sehen aber ich bin halt eigentlich jetzt umso gespannter auf den zweiten Teil und ja es ist halt blöd dass man ein Jahr drauf warten muss es gibt ja noch die Theorie ähm also ich denke auf jeden Fall dass Zeitreise in irgendeiner Form wichtig sein wird du hast ja diesen der Captain Marvel Pager du hast ja diesen Captain Marvel Pager der uralt ist ähm vielleicht geht die Message vom Pager in die Vergangenheit weil man weiß ja dass ähm Captain dass der Captain Marvel Film in der Vergangenheit spielt oder in den 90ern irgendwie sowas stimmt du hast recht und vielleicht kann sie aus ihrer Zeit von ihrer Zeit aus ähm irgendwas mit den Steinen machen denke ich mir vielleicht hat sie ich weiß es nicht sie hat auf jeden Fall aber irgendwie Alien-DNA und altert nicht so richtig von daher kann Bri Larsen die die Rolle spielt halt auch immer noch dieselbe Rolle in der Jetztzeit spielen selbst wenn 20 Jahre vergangen sind stimmt und es ist ja etabliert dass du ähm die Steine nur benutzen kannst wenn du bestimmte Alien-DNA hast oder sowas deswegen hat ja ähm Peter Quill oder wie der heißt ähm beim ersten Guardians-Film überlebt als er diesen einen Stein da angefasst hat genau von daher das ergibt schon Sinn ja wir werden sehen ich bin auch sehr gespannt auf Ant-Man ich bin sehr gespannt obwohl ich bei Ant-Man echt davon ausgehe dass wahrscheinlich nur irgendwie das Ende irgendwie vielleicht überhaupt irgendwie einen Ausschluss gibt wie es weitergehen wird ähm aber immerhin aber trotzdem hat man aber trotzdem freut man sich jetzt mehr darauf ich also wenn ich jetzt letzten Age of Ultron im Kopf habe oder Civil War und da kam jetzt als nächstes kam jetzt ein Doctor Strange war es glaube ich da habe ich dann gesagt ja gut freue ich mich werde ich mir wahrscheinlich irgendwann angucken aber so richtig heiß war ich nicht drauf aber jetzt nach dem Infinity War muss ich sagen Alter gibt mir Ant-Man ich habe jetzt Bock ich bin jetzt voll drin so jetzt könnt ihr mich mit allem beschießen was geht ja ich habe auch ich habe tatsächlich auch eigentlich sehr Bock drauf ähm gerade weil ich halt wissen will wie es weitergeht und ich bin ich bin sehr gespannt ich meine Ant-Man habe ich alleine schon nach dem zweiten Trailer sehr Bock drauf gehabt weil das wieder sehr lustig und humorvoll aussah und halt dieses kleine Großding da kann man halt echt noch einiges mehr machen und nachdem der erste Teil wahrscheinlich wirklich so ein bisschen darunter gelitten hat dass halt leider Edgar Wright ja quasi mitten in der Produktion rausgegangen ist weil er halt seine Vision nicht umsetzen konnte ich hoffe halt dass der zweite Teil jetzt so ein bisschen eine klarere Vision hat und halt wirklich noch mehr damit spielt und da wirklich lustige Sachen mitmacht und ich meine allein schon diese Dragon Ball Kapsel Effekt Ideen sind halt super lustig äh mit dem kleinen Haus und so und ach ja das ist so geil super cool ist auch einer ist auch einer der besten Origins äh Geschichten fand ich Ant-Man also so der Film weil ich einfach so ein sehr unterschätztes ich müsste den nochmal gucken tatsächlich ich hab den halt einmal nur gesehen ich fand den echt gut dieser Zugkampf wo die da wo es einfach wo die mega episch wird und dann ist da quasi wie einfach so ein Spielzeugzug da fährt das fand ich schon eigentlich ziemlich geil ja ich hab mir den nochmal ich hab mir den auch nochmal angeguckt beim ersten Mal fand ich ihn besser tatsächlich also es gibt so also klar du hast so Szenen wenn dann so mit den Größen gespielt wird das ist unfassbar witzig aber es gibt auch so ein paar Szenen wo ich mir gedacht hab ui der Humor ist schon ist schon sehr in your face aber nee ich bin auch das ist übrigens aber leider das generelle Problem bei meinen bei Marvel Filmen für mich ich mag die immer weniger wenn ich sie ein zweites Mal gucke ja weil das halt wirklich so fast ja ja da versteckt sich halt wenig irgendwie ist nicht wie halt Esker-Ride-Filme wo du in der Regel beim zweiten Mal sehen noch so viel mehr entdeckst und beim dritten Mal immer noch und halt so viele Kleinigkeiten bei manchen bei manchen funktioniert das doch ganz gut also ich hab mir auch letztes Jahr nochmal den zweiten Captain America angeguckt und das ist das ist ein Film der schon für sich sehr gut steht da brauchst du eigentlich auch gar nicht den ersten gucken das ist so ein das ist quasi Born der Film das ist aber auch für mich der also können wir auch mal sagen was ist denn euer liebster Marvel Film das ist bei mir tatsächlich der zweite Captain America das fand ich einfach von vorne bis hinten fand ich eigentlich am spannendsten ja der ist bei mir ja der ist auch vorne mit dabei ich glaube tatsächlich ich würde ohne ihn ein zweites Mal gesehen zu haben immer noch Black Panther sagen den muss ich nochmal gucken den muss ich nochmal gucken ja okay Guardians of the Galaxy ist natürlich schon auch vorne mit dabei das ist wahr aber auch da wieder ich hab den nochmal geguckt den ersten Teil halt dann als ich mir ihn auf Blu-ray gekauft habe und hab ihn halt direkt weniger gemocht als beim ersten Mal ja da muss man glaube ich ein bisschen mehr Zeit versprechen lassen wahrscheinlich aber ich hab den zweiten jetzt auch nochmal geguckt und ja der ist halt der ist halt auch immer noch unterhaltsam wow aber im Zuge dieses ganzen Hypes und wenn man sich die Filme anguckt wie alt das MCU fast schon ist also es ist jetzt schon zehn Jahre fast sind zehn Jahre und was jetzt noch in den nächsten Jahren passieren wird da merkt man schon oh shit alter die Jahre vergehen erstmal sehr schnell aber auch gleichzeitig sehr langsam weil du dir überlegst alter wie lange wird es jetzt noch dauern bis äh keine Ahnung Captain Marvel ihren ersten Film hat oder Miles Morales der nächste Spider-Man werde ich das überleben werde ich noch so alt wir haben glaube ich noch ganz gute Karten aber man weiß es nie vielleicht kommt morgen auch ein Bus und dann war es das aber ich wollte auch sehen wie wir nein mir geht es nicht gut ich werde nie erfahren wie wir zu zweit schon mal zwei ja das ist traurig aber bei mir sind das auch glaube ich die wenn ich jetzt sterben würde erster Regret irgendwelche popkulturellen Sachen nicht miterleben ich wollte doch noch das neue Zelda spielen nein ich wollte noch sehen ob Metroid Prime 4 gut wird ach ja was ich tatsächlich auch noch ganz abschließend noch ganz lustig fände ist wenn sie es tatsächlich bei den Zeitreisen so ein bisschen wie bei Zurück mit Zukunft 2 machen wo quasi Filmszenen sind und die sind halt in den Szenen nochmal quasi und wisst ihr was ich meine also da gibt es ja zum Beispiel die Szene wo Biff halt irgendwie oder der Vater von Marty halt Biff schlägt und sowas und wo Marty dann halt auch nochmal dabei ist und dann nochmal irgendwie irgendwas ändern muss weil er dann irgendwie was nochmal umgestoßen hat und sowas und ja sowas in die Richtung fände ich ganz lustig aber ich weiß halt nicht inwiefern sie wirklich intensiv mit dieser Zeitreise wenn es denn eine Zeitreise wird spielen wollen aber ich meine wenn es eine Zeitreise ist fände ich schon sehr cool wenn sie halt echt auch viel damit anfangen und es nicht einfach so sie rutschen einmal in die Zeit zurück ändern was und das war es dann das wäre irgendwie ein bisschen enttäuschend ihr beschäftigt euch gar nicht so mit Z-Kram oder? wenig also so Setbilder okay ne ich sag nicht okay warum meinst du achso du meinst jetzt irgendwelche Andeutungen für den nächsten Film oder was? ja ja also ja gut ne ich sag nicht jetzt Setbilder für den nächsten Teil quasi oder was? genau oder also es gibt ja schon schon bevor Infinity War rauskam gab es ja schon so ein paar Setbilder die man gesehen hat die wahrscheinlich zum zweiten ne ich sag jetzt gar nichts dazu das ist gemein aber ich google die eh gleich ja aber weiß ja nicht ja dann ja ich denke mal man kann Fazit halt wirklich sagen wir sind eigentlich alle sehr zufrieden mit dem Film gewesen wie gesagt bei mir halt so ein bisschen dieses Problem dass die Kontinuität mir so ein bisschen den Impact genommen hat und ich ja schon so ein bisschen äh mit einem komischen Gefühl aus dem Kino rauskam weil es mir halt so inkonsequent vorkam oder ich befürchte dass es so inkonsequent sein wird ähm aber umso mehr bin ich jetzt halt gespannt auf den zweiten Teil und ich freu mich tatsächlich auch sehr auf Captain Marvel und ich mag Brie Larson auch als Schauspielerin total gerne von daher Bonuspunkt ähm und Ant-Man freu ich mich auch sehr drauf von daher ja wir sind wir sind glaube ich insgesamt guter Dinge weiterhin was das Marvel-Universum Universum angeht ich hoffe halt nur dass sie es wirklich noch mehr schaffen in Zukunft jetzt in der nächsten Phase dann gerade halt nach dem äh zweiten Teil von Infinity War dass die Filme nochmal mehr irgendwie eigenen Flair haben und halt sich wirklich mehr voneinander unterscheiden das fände ich echt cool ich muss auch sagen dass mir diese ähm der Gedanke ähm dass jetzt das MCU mit der nächsten Phase so ins Weltraum abwandert und so Guardians Get the Galaxy und James Gunn und so dass ich da nicht so hundertprozentig angetan bin also ich meine die Guardians im Weltraum ich weiß auch nicht wieso aber es muss halt nicht alles im Weltraum sein das ist halt so ne das ist ja das das ist wirklich diese Verlagerung weil die Eide hat sich auserzählt sozusagen ähm die ganzen äh irdischen Superhelden ähm sind ja quasi dann quasi passiert aber Spider-Man wird es doch weitergeben Black Panther wird es weitergeben die sind doch beide ehrlich ja ich weiß ja nicht was das bedeutet alles deswegen das war halt nur so der erste es ist nur so eine Theorie dass sich dahin das Ganze bewegen wird aber was das genau bedeutet das ist halt die Frage ja es wird wahrscheinlich so Events geben wo dann irgendwer irgendeine Figur äh mit sich so so eine Grüppchen zusammensucht und dann irgendwo hinreist um ein eine Lösung zu finden um den nächsten Gegner zu besiegen oder sowas also ich denke eher dass es so in die Richtung geht kann mir jetzt nicht vorstellen dass das jetzt alles komplett ins ins Weltraum ne ne die Hälfte muss weiterhin in New York gerade jetzt so ein Spider-Man ja ich bin auch sehr gespannt ich bin übrigens auch sehr gespannt wie Iron Man aus dem Weltraum zurückkommt ob Thor da hingeht und die da irgendwie rausholt oder so weil er hat der ja immer noch rum mit seinen Portalen oder so und ich glaube der hat da auch als einziger überlebt achso das ist jetzt tot stimmt wer ne Nebula ist noch da ne okay vielleicht kann die ihm helfen die ist im Weltraum gewohnt und und äh äh Gott ich vergesse mal den Namen von dem Waschbär der ist noch am Leben ja der ist aber auch Wakanda achso ja Wakanda ja wir werden sehen wir sind gespannt das kann man glaube ich als Fazit sagen äh dann bedanke ich mich sehr dabei bei euch dass ihr mitgemacht habt hat mir sehr viel Spaß gemacht ich bedanke mich außerdem natürlich bei den Verhörern lasst uns gerne in den Kommentaren auf YouTube oder ansonsten halt bei uns im Discord oder schreibt uns auf Twitter oder was auch immer lasst uns gerne wissen wie ihr den Film fandet und was eure Theorie ist also bitte ich möchte keine Informations-Spoiler bekommen was den nächsten Teil angeht aber wenn ihr irgendwelche Theorien habt wie es weitergehen könnte dann lasst uns das gerne wissen die jetzt nicht auf Fakten basieren weil Fakten Fakten sind scheiße ich will keine Fakten wissen ich weiß ich glaube ich werde mir auch keine Trailer zu diesem Film angucken weil das wird wahrscheinlich ach ich schon viel Spaß dabei ich habe es auf Star Wars immer geschafft die Trailer nicht zu gucken weil ich da halt auch immer dachte ich werde den Film eh gucken da wollte ich mir die Trailer nicht angucken nur bei Solo habe ich jetzt die Trailer geguckt weil da war ich unentschlossen und jetzt bist du entschlossen dass das Scheiß Donald Glover rettet das Ganze Donald Glover ist mein Savior Donald Glover the Movie ja allgemein mag ich den Cast tatsächlich ganz gerne halt Khaleesi und so wird es schon werden irgendwie na gut gut dann wie gesagt vielen Dank an euch beide und bis bald tschau tschüss ja also ich hatte jetzt eigentlich gedacht ich werde ich würde sterben aber irgendwie sieht es hier hm ich weiß gar nicht also im im Nichts hm also es ist irgendwie doch sehr 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 pink alles also ich meine es scheint jetzt keine Wände zu geben es ist ein es ist eine offene offene Fläche aber es ist irgendwie alle sehr pink hier drin hm okay äh ja was mache ich was mache ich jetzt ich habe jetzt eigentlich gedacht hallo wo sind Jungfrauen nein okay hm äh warte ich jetzt auf den nächsten Podcast wenn wir über den neuen Avengers reden hm okay ja wenigstens erklärt das dann warum keine Videos auf meinem Kanal kommen dann kann ich mich ja jetzt um andere Sachen kümmern das dann ja ja ja